Willkommen zurück zu Destiny 2 Beta, ich bin euer Firubo und ja wir machen jetzt heute mal ein Multiplayer-Match. Ich werde wahrscheinlich klicklich scheitern, aber hey, wir spielen es auch mal. Dann habe ich hier sogar ein Multiplayer-Match in Destiny 2 aufgenommen, bevor ich Destiny 1 gemacht habe. Ist da auch mal was, oder? Revolution vielleicht? Na, wir suchen auch noch Leuten. Ups, Entschuldigung, warum dauert das denn so lange? Spielt keiner den Multiplayer oder was? Meine Ergebnisse... Ach, so, da kann ich das mal angucken, schön. Ja, ich war von den Kills ja der Schlechteste. Von den Sists war ich der Beste, von den Präzisen-Kills war ich der Beste und von den Sphären war ich der Zweitbeste. Ey, was? Warte mal, hier steht? Ich erkläre mir, dass da steht, ich habe 6 eingesetzt, hier steht, ich habe nur 2 eingesetzt. I don't know. Und wir haben 8 Leute gefunden, nice. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Ladezeit. So, aufwürftigen Zeug zum Planeten. Scheint so. Also, wenn ich mir die Planetenoberfläche angucke, die nicht mal komplett geladen hat, man sieht ja richtig die Kastendinger, das ist nicht schön, das ist das Ganze gar nicht schön. Äh, ja, äh, erinnert mich das sehr stark an, Destiny, äh, Destiny, äh, No Man's Sky. Und Endloses Tal, sind jetzt zerführt. Ach ja, 4 gegen 4 ist das ja, stimmt, ja. Ich hatte jetzt ein anderes Raumschiff gehabt, es ruckelt ein wenig. Kontrolle, okay. Ich weiß, dass du kämpfen kannst, doch kannst du auch ein Gebiet halten? Naja, ich habe übrigens die falsche Waffe jetzt drin, nice, äh. So, wir nehmen mal die. Ne, das, wir nehmen die hier. So, und jetzt bin ich auch da. Jungs, alles gut? Okay, dann Bären. Ach, du scheilige Scheiße. Okay. Jetzt habe ich einen Assist bekommen. Uiuiui. Geht ja ordentlich ab hier. Aua. Oh, ich habe mir Helis gegeben. Alter, mag ich nehmen irgendwie weniger Schaden? Irgendwie kommt mir das davor, okay. Ich nehme das Arbeitstier. Das ist wahrscheinlich eher in der Situation sogar schlecht, der ist, aber egal. Wir gehen mal hier rein. Ich versuche mal B zu nehmen. Aua, 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 aua. Und ich bin tot. Aber wieso da campen? Okay, okay. Wir haben aber einen Punkt, haben wir, okay, schlucht. C werde ich jetzt einnehmen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zune A verloren. Powerplay für deinen Feind. Powerplay für meinen Feind, okay. Ja, ich allein, ne? Kriege ich dafür jetzt irgendwas Tolles? Okay, kommen wir nicht lang. Panate, los. Wer hat alles überlebt? Oh, Mann. Ey, warum machen die so viel Schaden? Womit schießen die denn, bitteschön? Der Scout-Gewehr? Ich gehe mal hier lang. Oh, hi. Ich hatte am besten gegen das Kollege. Der Wurde ist besiegt, plus eins. Nice. Ich werde mich meine Stat nichtmals sehen am Ende. Okay, kann ich hier vielleicht gegen den Rücken fallen? Aua, Aua, hinter mir. Hinter mir, Aua. Wieso bin ich immer so schnell tot? Och, Mann. Der Feind hat an Boden gewonnen. Aber noch ist es nicht vorbei. Ich habe den nicht, dieses Sketcher. Okay. Das heißt, wir hatten jetzt der GE sterben. Zone C verloren. Oh. Hä, wo schießt der Typ hin? Okay. Zonenvorteil liegt bei dir. Okay. Was ist das? Also kann ich mir ein Mini holen? Oh. Tö. Geht das? Geht das? Geht das? In 3, 2, 1. Oh, Manni. Alter, jetzt habe ich schon die gewungen. Ha, ich habe einen gekillt. Da bin ich ganz schnell tot. Shit. Okay, ich schieße alle irgendwie mit dem Scoutgewehr, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ich habe einen. Hä, nein. Hilfe. Okay, Zewit. Hart bekämpft. Aua. Ich hätte vielleicht nicht in dieser Granate stehen sollen. Aua. Das tut weh. Okay, gut. Ich bin ein Noobie. Ich habe einen im Duell besiegt. Ich bin stolz auf mich. Aua. Ich gehe mal hier lang. Ich hoffe, mich schieße jetzt keiner in den Rücken. Wo ist Zonitze? Da ist Zonitze. Na? Juhu. Zu der Special Money. Oh, der hat sich schon gegönnt. Schade. So. Ja. Zone C verloren. Zone B gehört hier. Du hast den Zonenvorteil. Okay. Sind sie uns schon doch ins Spiel reingekommen. Aua. Schieß doch. Oh, oh, oh. Zone A verloren. Was kann euch aufhalten, wenn ihr zusammentremt? Äh, Zone C. Ich will einnehmen. Ich will einnehmen. Ich will dadurch Punkte machen. Oh. Ups. Wollte ich nicht. So. Der Vorteil liegt bei dir. Zone B verloren. Aua, der zündet mich an. Hilfe. Kann ich die Special Money wieder da droppen? Oh, noch eine halbe Minute. Die Special Money war schon nice. Aua, 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 Aua. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn bekommen. Oh. Ich hab Kills gemacht. Ich hab ihn mit mir trotzdem Schlechtes an meinem Team. Power Play für deinem Team. Was? Bisschen Power Play. Der, der Fall da runter. Aua. Ich glaub, die Runde werden wir doch verlieren. He, 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 he. Okay. Jetzt sind sie aber gerade überall irgendwie am fighten hier. Ich hab nichts gesehen. Ich hab einfach nur geschossen. Super, ist bereit. Nice. Ach, ich kann nur diesen Schild machen. Oh, lol. Oh, ey. Ich bin in meiner Zone drin. Was? Lol. Okay. Ah, wie viele waren denn da? What? Wie kommt mir das vor? Ich würde mit meinen vier Leuten gegen 50 Gegner spielen. Jetzt kommt mir das gerade so ein bisschen vor, muss ich gestehen. Ja, die haben auf jeden Fall den Multiplayer gesuchtet. Glaub ich. Ja, ich versuch ja. Ich bin ja dabei. Ich nimm da gerade einen. What the fuck? Ich mein, vor allem, das ist scheiß Auto-Aim. Ich hab mich auf einen Gegner fixiert und dann zieht der einfach auf den anderen Gegner rüber. Der eine wäre gestorben. Der Fein hat dich besiegt. Was? Warum? Oh, ich konnte noch einen Schuss abgeben. Ja, dein Trop 74 zu 65, ja. War mir eigentlich, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ich war zumindest scheiße. Ich hab meinem Tropen nicht wirklich geholfen, glaube ich. Ja, ich hab, wie viel? Wer siegt der Gegner? Er hat Effizienz 0,85. Das ist wahrscheinlich mein Kill-Death-Ding. 3, ja, also ich bin eindeutig der schlechteste, mit Abstand der schlechteste in der Runde gewesen, aber ich bin halt kein Ego-Shooter-Spieler auf der Playstation. Das muss ich sagen. Ich werde auch Destiny 2 auf dem PC spielen. Damit werde ich dann auch alles wieder raus holen. Ja, wow, das war eine Runde Team-Death-Match. Äh, nee, ich will nicht mehr mit spielen, danke. Das hat mir gereicht. Gut, da habt ihr den Multiplayer mal gesehen. Das ist einmal hier, das ist, glaube ich, dasselbe, oder? Äh, Einsatz, Level-Vorteil deaktiviert. Ja, stimmt, das war auch bei Destiny 1 ein Multiplayer, das ist ein Level-Vorteil. Der war so ekelig. Äh, da hab ich am Anfang schon gegen Leute, die sind irgendwie gefühlt 50 Level über einen gewesen. Ich weiß, es ging 50 Level nicht, weil 20 war ja am Anfang das Max-Level. Aber man selber war gerade so Level 10 und dann hat man gegen Level 20er gespielt. Und dann war einfach mal voll unterlegen, das war schlimm. Deswegen habe ich Destiny 1 auch nicht mehr gerne gespielt, gut. Ja, da würde ich sagen, das war's dann alles, was ich von der Beta zeigen wollte. Gut, wir sehen uns dann, wenn ihr Destiny interessiert seid, im Destiny 1 Let's Play weiter. Oder wir sehen uns zum Release von Destiny 2 auf dem PC wieder. Also, haute rein. Ciao, ciao.